Willkommen zu einem weiteren Magic the Gathering Videos, die immer Leute nicht interessieren, aber ich habe mich darauf festgelegt, dass ich den Fokus darauf legen möchte, was mir Spaß macht und mir macht nun mal Magic the Gathering Spaß. Keine Sorge, wir werden zu allgemein interessanteren Themen sicherlich in Zukunft wiederkommen, aber Standard wird aufgemischt mit dem neuen Innistrad Set. Wir kehren zum zweiten Mal zu Innistrad zurück mit bekannten und unbekannten Mechaniken, die allesamt eigentlich nicht wirklich gut sind, wenn wir ehrlich sind, aber darauf kommen wir dann zu sprechen. Und wir werden uns natürlich hauptsächlich über Standard unterhalten, es ist ein Standard Set, deswegen unterhalten wir uns über Standard. Es wird aber hier und da ein paar Kommentare von mir geben zu Modern und wo Karten vielleicht in Modern eine gute Performance abliefern könnten. Grundsätzlich möchte ich aber einen Kommentar abgeben zu Standard und dem derzeitigen Stand in Standard, denn er ist furchtbar. Der Standard-Stand momentan ist ziemlich furchtbar. Wir haben folgende vier Sets in der derzeitigen Rotation, das ist Seneca Rising, Cull Time, Strixhaven und Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons liefert mitunter die schwächste Performance von all diesen Sets ab, aber abgesehen, würde ich sagen, von Seneca Rising, das ein gutes Set war, kann man sich jetzt nicht großartig beschweren. Vor allem mit seiner Landfall-Mechanik sind da gute Engines mit dabei gewesen. Ähm, abgesehen davon haben aber alle weiteren Sets sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ähm, und ich möchte Leuten so ein grundsätzliches Beispiel geben, wie Standard momentan funktioniert, denn du hast grundsätzlich eigentlich viele Möglichkeiten, viele legitime Möglichkeiten, Decks zu spielen. Also du kannst auf jeden Fall blau-rot ist eine Option, äh, schwarz-grün ist eine Option, äh, grün-weiß mit so Live-Gang-Kreaturen ist eine Option, ähm, dann eventuell Simic, blau-grün ist momentan tatsächlich eine Viable Option, ähm, schwarz-weiß geht immer mit Engeln. Also du hast auf jeden Fall viele Möglichkeiten, viele verschiedene Farben zu spielen. Das große Problem ist nur, so viel vermeintliche Abwechslung, die auch suggeriert wird, all diese Decks sind momentan das Gleiche. All diese Decks funktionieren absolut identisch. Ähm, du hast Kreaturen und du hast Destruction Spells und du haust alles so lange raus, bis absolut keiner mehr irgendwelche Ressourcen, äh, zur Verfügung hat, weil wirkliche, wirkliche Möglichkeiten, deine Hand aufzubessern, gibt es momentan nicht. Also jeder spielt alles und zerstört den Gegner alles, bis nix mehr übrig ist und, äh, dann sind schon irgendwie 30 Runden vergangen und derjenige gewinnt dann über die nächsten 5 Runden, der eins seiner Länder noch zu einer Kreatur machen kann. Äh, äh, all diese Decks funktionieren identisch, sie sind komplett austauschbar, der Fokus liegt viel zu sehr auf Creature and Destruction. Viel zu großer Fokus darauf. Du hast so gut wie keine Enchantment Engines, ähm, du hast so gut wie keine Artefakte, die irgendwie was taugen. Und auch wenn sich in Sachen Artefakten nicht viel ändern wird in Innistrad, Innistrad war schon immer schwach in Artefakten, ähm, ich denke, was Innistrad bringen wird, endlich, 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 sind gute Early-Game-Engines. Äh, für Leute, die mit der Begrifflichkeit nix anfangen können, Engine ist praktisch ne Karte, die nachhaltig das Spiel verändert, ja, irgendwie, äh, dein, dein Gegner verliert jede Runde einen Lebenspunkt. Das ist eigentlich in dem Sinn schon ne Engine. Ähm, es ist einfach ne Karte, die nachhaltig das Spiel zu deinen Zwecken verändert, ja, oder jedes Mal, wenn du ne grüne Kreatur spielst, zieh ne Karte oder whatever. Das sind Engines. Und Engines sind meistens Enchantments, weil Enchantments schwerer zu zerstören sind als Kreaturen. Äh, aber auch Kreaturen können Engines sein, ja, also, ähm, es ist gerne hergenommen, dass es eine Kreatur ein 1-1er für 1 ist. Und, äh, wie beispielsweise dieser Priest hier, ähm, das ist, äh, das ist ne Engine, weil an sich ist es eigentlich nur ein 1-1er für 1. Also muss sich der Gegner gut überlegen, lohnt es sich jetzt für mich wirklich, einen 1-1er für 1 zu zerstören? Ähm, aber es ist halt ne nervige Engine und das ist normalerweise so der Deal. Ja, das ist normal so, dass du ein 1-1er für 1 spielst, aber der könnte eventuell riesen Auswirkungen für das kommende Spiel haben. Ähm, so funktionieren normalerweise Engines und wir haben da momentan einfach gar keine. Einfach gar keine. Äh, wir haben eventuell, ähm, eine Engine in grün momentan aus Caltheim. Und, und das war's. Das ist, das ist eigentlich alles. Diese, diese zwei grüne Mana, äh, für diese Enchantment. Wie gesagt, ich bild das hier alles, weil ich weiß die Namen immer nicht. Ich seh das Bild, ich weiß, was das Ding kann und ich merk mir dann immer die Namen nicht. Ähm, das ist eigentlich der einzige Engine. Ansonsten ist jedes Deck das Gleiche. Du spielst Kreaturen, du zerstörst den Gegner ein bisschen was, entweder durch Schaden oder durch Destruction. Äh, und dann hat irgendwann nach irgendwie 25 Runden keiner mehr Karten und das Duell dauert noch irgendwie 10 Runden, bis es dann endlich vorbei ist. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Und es sieht so aus, als würde tatsächlich Innistrad daran was ändern. Und das ist wirklich toll. Innistrad präsentiert uns, äh, zwei Neufähigkeiten und eine, die kennen wir schon. Sie haben da jetzt nur so ein bisschen das Wording verändert. Kommen wir zuerst zu sprechen und alle, alle diese drei saugen. Ja, und wir werden das jetzt auch im Detail auseinandernehmen. Äh, kommen wir erst auf Disturb zu sprechen. Äh, Disturb ist letzten Endes praktisch Flashback für Kreaturen. Äh, Flashback war bisher immer nur besetzt für, äh, Instance und Sorceries. Äh, ganz simpel und einfach aus dem Grund des Wordings. Es wäre einfach zu aufwendig gewesen, äh, Flashback zu worden für Kreaturen, weil du dann so einen Text gehabt hättest, ja. Ähm, deswegen hat man sich gesagt, wir lösen das jetzt mit Double-Face-Cards. Und die, äh, die zweite Seite, die du dann mit Flashback, also Disturb spielst, hat dann diesen Zusatzsatz, wenn diese Kreatur stirbt, exile sie. Ja, das ist clever gelöst. Das finde ich ist sehr clever gelöst. Das ist eine sehr nette Idee. Äh, das zeigt auch mal wieder, was man mit dieser Double-Face-Idee alles anstellen kann. Äh, das große Problem ist nur, all diese Karten saugen. Äh, all diese Karten sind auf Limited Level angesiedelt, das heißt, äh, es ist eine absolute, absolute Notfallkarte, die du nur spielst, wenn du überhaupt nichts anderes mehr auf dem Feld hast. Aber grundsätzlich sind all diese Disturb-Karten, äh, so underpowered, dass es sich nie lohnen wird, irgendeine von denen zu spielen. Äh, ziemliche Katastrophe, äh, diese Disturb-Karten. Ich werde da jetzt nicht großartig was dazu sagen. Und dann hast du diesen Coven-Effekt, dessen Konzipierung ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Coven sagt, diese Kreatur kann irgendwas, wenn du drei Kreaturen kontrollierst, die verschiedene Power haben. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Ich weiß nicht, wie du ein Modell in deinem Deck aufbauen können solltest, das gezielt diesen Zustand, äh, ähm, erschaffen kann, ähm, oder kreieren kann, dass du dann Coven spielen kannst. Und die Coven-Fähigkeiten an sich sind ja auch Bullshit. Ich mein, das ist halt, oh, wenn du, wenn du Coven hast, dann hat diese Kreatur fliegend. Brillant. Absolut genial. Also das ist so vom Power-Level her alles so ungefähr auf dem Level von der Party-Mechanic aus Sandika Rising. Und das hat ja da schon keiner gespielt. Oder der, oder der, äh, jetzt Venture into the Dungeon ist jetzt auch mittlerweile. Ein paar Leute haben probiert, das funktionieren zu lassen, haben es nicht geschafft. Äh, Venture into the Dungeon spielt keine Rolle mehr. Ähm, Würfeln hat noch nie eine Rolle gespielt. Das ist alles, das ist alles Limited Level, ja. So, und dann haben wir die Day-and-Night-Mechanic, äh, von den Werwölfen. Ähm, ich persönlich finde diese Day-and-Night-Mechanic sehr unglücklich gelöst. Äh, da möchte ich vor allem dieses Beispiel hier einbilden. Ich mein, ist es, äh, nur mal so, nur mal so möchte ich mal vorgelesen haben, ja. Äh, if it's neither day or night, it becomes day, as bla 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 enters the battlefield. So, das musst du jetzt schon mal auf jede Karte schreiben, die diesen Day-and-Night-Cycle anfängt. Ja, also diesen, diesen, diesen drei Zeilen Reminder brauchst du jetzt schon mal überhaupt. Whenever day becomes night, or night becomes day, äh, bla bla bla. Ja, es ist, jedes Mal, könnte man da nicht, hätte man nicht wenigstens das abkürzen können. Whenever day becomes night, or vice versa, hätte man jetzt beispielsweise schreiben können. Ähm, es ist so, es ist so umständlich, es ist so dämlich, so. Und hier ist wie normalerweise diese Day-and-Night-Mechanic funktioniert. Äh, die hieß damals noch nicht so, aber sie funktionierte damals ähnlich oder gleich. Ähm, du hast eine Kreatur, die wird zu einem Wehrwolf. Du hast erstmal diese Basiskreatur. So, und dann ist es so, jetzt ist erstmal day, ja. Ja, jetzt ist sozusagen erstmal day und night wird es, wenn egal welcher Spieler, also entweder du oder dein Gegner, in deren Runde keinen einzigen Spar spielen. So, hier ist wie das dann entsprechend normalerweise funktioniert. Du spielst deinen Wehrwolf, der noch kein Wehrwolf ist. Das heißt, es ist schon mal nicht night, weil du hast diese Runde einen Spar gespielt. So, der Gegner, wenn er nicht, wenn er nicht komplett geistig zurückgeblieben ist, wird in seiner Runde vermutlich mindestens einen Spar spielen. Also wird es da auch noch nicht night. So, dann ist jetzt deine Runde, in der du, was ich als relativ blöd erachten würde, du es jetzt riskieren könntest, keinen Spar zu spielen, damit es night wird. So, jetzt ist aber der Gag, selbst wenn du diese Runde keinen Spar spielst, damit es night wird, ist erst nächste Runde night. Weil, wie hier eben impliziert wird, if a player casts no spells during their turn, it becomes night next turn. Es ist so eine dämliche Mechanik, es ist schon immer gewesen, Wehrwolf-Decks waren schon immer bescheuert, diese Mechanik war schon immer bescheuert. Ähm, und ja, ich seh da kein, ich seh da absolut, absolut null Potenzial. Ähm, kommen wir insofern, äh, nachdem wir jetzt das alles durchexerziert haben, auf die Karten zu sprechen, äh, die, die Community als die besten kommenden Karten ansieht. Woran erkennen wir das? Das erkennen wir an dem Preis, für den diese Karten gehandelt werden, liebe Leute. Und dann kommen wir zu den Karten, äh, auf die Karten zu sprechen, wo ich sag, da hat die Community vielleicht nicht ganz so genau aufgepasst, die könnten eigentlich noch ein ziemlicher Staple werden. Also insofern, beginnen wir mit, äh, was hab ich mir abgespeichert? Äh, Angelic Enforcer. Ähm, sehe ich, um ehrlich zu sein, äh, relativ wenig Potenzial. Also, was, lesen wir einfach mal durch, ne? Fünf Mana, drei Dreier, Flying, Double Strike, you have Hex Proof. Ich weiß nicht, was diese Mechanik bringen soll, im derzeitigen Standard, you have Hex Proof. Es gibt sowieso momentan so gut wie keine Karten, die auf mich als Spieler zielen. Außer vielleicht jetzt Schock oder so. Also, wem, also, was bringt das? If your life total would be reduced to zero or less, instead transform Enduring Angel and your life total becomes free, then if Enduring Angel... So, also, gehen wir erstmal bis dahin. Ja, also, das Ding wird dann halt, ähm, das Ding wird dann halt zu dem, ja, dem, dem, ähm, ähm, Angelic Enforcer. Ja, immer noch Flying, you have Hex Proof, Power and Toughness equal to your life und du kriegst jede Runde doppelt so viel Leben. So, warum funktioniert diese Karte nicht? Ganz simpel und einfach. Erstens, das ist eine Kreatur, die sollte Flash haben. Hat sie aber nicht. Ja, sozusagen, oh, der Gegner greift an, oh, shit, du wärst jetzt tot. Haha, Flash, ich bin doch noch nicht tot. Karte Turnt zu Angelic Enforcer. Du kriegst jetzt jede Runde wieder doppelt so viel Leben. So sollte diese Karte eigentlich funktionieren. Stattdessen hat sie keinen Flash, sie ist einfach draußen, hat keinen Hex Proof oder so. Kannst du einfach zerstören, das Ding. Kein Problem. Hat sogar nur drei, äh, hat sogar nur drei, äh, Defense. Äh, drei, äh, Toughness. Das heißt, du kannst, äh, praktisch mit normalen, gängigen, äh, Dragon Damage Spells sogar platt machen. Grandios. Äh, if your lifetime, äh, Angel of Life becomes three. So. Und jetzt kommt aber der Gag an der Karte. Und ich weiß nicht, warum sie das hinzugefügt haben. Then, if Enduring Angel didn't transform this way, you lose the game. Das heißt, wenn diese Ability auf dem Stack ist und du haust dann ne Instant Destruction Karte drauf, dann verlierst du, dann verlierst du trotzdem das Spiel. Ich mein, what the fuck, man. Die Karte ist so nutzlos. Die Karte ist so dumm und nutzlos. Es ist, ich, ich, ich versteh nicht, warum die für, für relativ gutes Geld gehandelt wird. So. Dann haben wir die meiner Meinung nach brokenste und nervigste Karte im ganzen Spiel. Und zwar Faithful Absence. Äh, die Karte hat für große Furore gesorgt, äh, in der Magic Community. Warum? Die Karte kostet, äh, zwei Mana, Destroy Target, Creature, Planeswalker und der Gegner kriegt ein, äh, kriegt ein, ähm, Clue-Token dafür. Das for all intents and purposes praktisch nutzlos ist. Ähm, aber wir hatten schon mehrere solche Karten. Äh, ich glaub, sogar in Dungeons & Dragons war so ne schwarze Variante davon, äh, vorhanden. Äh, ich glaub, Exile Target, Creature und dafür durfte der Gegner, äh, ne Karte ziehen. Das ist jetzt nicht ungehört, ja. Und das, ich mein, das Power-Level-Whatever. Der springende Punkt ist, die Karte ist weiß. Und ne Instant. Und sowas gibt es normalerweise nicht in weiß. Äh, für weißes Mana sozusagen Destroy Target, Creature ohne irgendwelche Konditionen. Also es gibt beispielsweise, äh, Destroy Target, Tapped, Creature in weiß. Sowas gibt's, ja, solche Geschichten gibt's. Und es gab in Ikoria, äh, gab es diese Tappe, eine deiner Kreaturen, tu ne plus eins plus eins Marke drauf, Exile Target, Tapped, Creature. Das ist normalerweise weiß. Aber einfach Destroy Target, Creature or Planeswalker für zwei Marder in weiß. Das ist fucking insane. Und ich mein, dieses, äh, dieses Clue-Artefact-Token, das du dafür kriegst, das ist ja praktisch Insult to Injury. Weil diese Clue-Tokens sind die schlechtesten Tokens in Guns Magic. Insofern, das ist eigentlich, es ist, es ist irre. Die Karte ist absolut irre. Du kannst jetzt natürlich argumentieren, diese Karte wird nicht viel bringen in Standard, weil sie passt in das derzeitige Weiß, das gespielt wird, nicht wirklich gut rein. Das ist fair. Ich denke auch, dass diese Karte nicht großartig in, äh, Standard gespielt wird. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich weiß ganz genau, wo diese Karte gespielt wird. Und da kommen wir jetzt halt ein bisschen auf Modern zu sprechen, ne? Ich weiß ganz genau, wo diese Karte gespielt wird. Und zwar in Azorius-Control-Decks. Azorius-Control-Decks, die aus ungefähr, äh, 40 Counter-Spells bestehen. Und wenn du es dann doch mal schaffst, eine Kreatur oder einen Planeswalker durch diese ganzen scheiß Counter-Spells durchzuflutschen, oh, dann kann der Gegner in seiner Runde die spielen. Oder sogar noch in seiner Runde die spielen, nachdem er, äh, dich irgendwie über 10 Runden mit Teferi genervt hat. Es ist, weißt, ich sehe halt jetzt schon, wo diese Karte Einsatz finden wird. Und es kotzt mich an. Äh, aber in, aber in der Regel gebe ich, wenn ich gegen Azorius-Decks kämpfe, in den ersten Runden eh schon auf. Also, insofern kann er die ruhig mit reinnehmen, es spielt eigentlich in dem Sinne keine Rolle. Äh, Puppet-Stitcher. Ähm, ich denke, aus diesen und ähnlichen Karten werde ich versuchen, ein blau-schwarzes Zombie-Deck zu machen. Ja, wir haben jetzt auch diese neue Fähigkeit, die K. Ähm, auch möchte ich dazu nur gesagt haben, wir haben also einen 2-2er-Zombie, ähm, einen 2-2er-Zombie mit DK. Das heißt, er kann nur angreifen und dann zerstört er sich selber. Ist ein Mana-Wert? Das wurde jetzt sozusagen festgelegt, ein 2-2er mit DK kostet ein Mana. Das ist fair, würde ich mal behaupten. So, whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 2-2-Black Zombie-Creature-Token with DK. Das ist schon mal ziemlich cool. At the beginning of the upkeep, if you control 3 or more Creature-Tokens, you may transform. Und wenn du ihn transformst, äh, werden all deine Kreaturen mit DK auf einmal zu 3-3ern, die kein DK mehr haben. Das ist ziemlich fucking nice. Ähm, das ist, ja, das ist, das ist ziemlich cool. Ähm, eine schöne Engine. Auf jeden Fall eine schöne Engine für dieses Deck. Äh, mein einziges Problem ist, sie kostet 3 Mana, das ist ein bisschen teuer. Aber grundsätzlich, äh, eine nette Karte und dieses Creature-Tokens, you control, lose all abilities and with base power and toughness for free, ist ja auch gültig für kommende Tokens, die ins Spiel kommen. Also insofern, äh, eine sehr clevere Karte. Ich werde versuchen, draußen Deck zu bauen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Augur of Autumn, you may look at the top card of your library anytime, you may play lands from the top of your library, as long as you control, jetzt haben wir hier eben diese Covenant Ability, as long as you control 3 or more Creatures with different powers, you may cast Creature Spells from the top of your library. Ist eine nette Engine. Ich verstehe nicht, warum die so viel wert ist. Also, momentan läuft die für, äh, so ungefähr 6 Euro. Äh, hau einfach ein Destruction Spell drauf. Es ist halt, es ist halt immer wieder diese gleiche Dice-to-Removal-Argumentation. Ja, hau einfach, hau einfach ein Destruction Spell drauf, hat 3 Verteidigungen, hau ein Dragon Damage Spell drauf und es hat sich erledigt. Ich kapiere die Wertigkeit dieser Karte nicht so ganz. So, Sunstreak Phoenix. Eine Karte, die mit ganz viel Mühe und Not tatsächlich rot vielleicht irgendwie wieder funktionieren lassen könnte. Aber wahrscheinlich nicht wirklich. Ähm, mir gefällt auf jeden Fall die Idee dahinter. Es ist halt mal wieder eine Phoenix-Karte. Das heißt, unter gewissen Umständen kommt die Kreatur wieder aus deinem Friedhof zurück aufs Feld. Ähm, ich werde das ganze Ding jetzt nicht extra durchlesen. Das läuft eben mit Day und Night. Und da ist halt eben die große Problematik, wie ich bereits sagte. Äh, Day und Night ist jetzt, glaub ich, nix, was großartig gespielt wird, ne. Äh, deswegen gehen wir weiter. Sea Garda, Champion of Light, wurde auch für jetzt bisher relativ viel Geld gehandelt. Ich weiß nicht wirklich warum. Wir haben hier erneut die Covenant Ability, die nicht wirklich gezielt gespielt werden kann. Äh, Humans you control get plus one plus one. Ich denke nicht, dass sich jetzt ein Human-Tribal-Deck großartig durchsetzen wird. Vor allem, weil die alle auf dieser schwachsinnigen Covenant Ability fußen. Ähm, und ja. Also, ich weiß nicht, warum die jetzt für so viel Geld gehandelt wird momentan. Äh, ich seh da relativ wenig Chancen für die Karten. Äh, jetzt kommen die ganzen Adversary-Karten. Die funktionieren alle gleich. Und zwar, du kannst die Kreatur an sich als Kreatur spielen. Und wir haben hier einen, äh, mit Intrepid-Adversary haben wir einen 3-1er für, äh, 2 mit Lifelink. Das ist fein. Das ist, das ist, das ist okay. Ähm, und, äh, du kannst dann, wenn du die Karte vielleicht erst spät im Spiel spielst. Ich sag mal, du hast jetzt schon, äh, du hast jetzt schon sechs Mana zur Verfügung. Und hast diese Karte aber auf der Hand. Dann kannst du die jetzt beispielsweise spielen für sechs Mana. Ähm, dann ist die Karte ... Okay, in diesem speziellen Fall, weil normalerweise kriegt die Karte immer selber plus eins, plus eins. Aber da es hier in dieser Karte um plus eins, plus eins Marken geht, heißt es praktisch, wenn du sechs Mana ausgibst für diese Karte. Nur zum Beispiel. Dann wird es zu einem 5-3er. Und, ähm, genau. Oh, zu einem 5-3er und all deine Kreaturen kriegen plus zwei, plus zwei. Für sechs Mana. Das ist fucking nuts. Sehr gute Karte. Fast all diese Adversary-Karten sind sehr, sehr gute Karten. Aber da kommen wir dann drauf zu sprechen. Äh, Sea Guardian Savior läuft momentan für 8 Euro. Für 5-3-3er Flying enters the battlefield if you cast it return up to two target creature cards with Mana value two or less from Gaffer to the battlefield. Ist eventuell mehr eine Karte, die in modern Verwendung finden wird. Weil, da kannst du dir dann so lustige Karten wieder raussuchen, wie diesen Hund, der Sacrifice den und Target Creature is indestructible until end of turn und solche Geschichten. Ähm, insofern, nette Karte. Ich kann's aber auch hier nicht ganz nachvollziehen, warum dir für so viel Geld gehandelt wird momentan. So, der nächste Adversary, Tainted Adversary. Den, glaub ich, werd ich gut gebrauchen können für eben mein Zombie-Deck. Weil, allein der Body ist schon sehr gut. Du kriegst für zwei Mana ein 2-3er Death-Touch. Das ist schon mal ziemlich fucking nuts. Ähm, das ist ein super Body, den das Vieh hier mit sich bringt. Und, wenn du nochmal drei Mana drauf tust, kriegst du, erstens kommt das Ding mit nochmal einem Plus-1-Plus-1-Counter aufs Feld. Und du kriegst einen, und du kriegst zweimal so viel. Äh, 2-2 Black Zombies mit Decay. Das Ding muss in mein Zombie-Deck rein. Ich mein, holy fucking shit. Das Ding ist, ich würd's es fast broken nennen. Das ist so nah an, das ist ziemlich, das ist ziemlich brokener Scheiß. Ähm, insofern, äh, kommt in mein Zombie-Deck, kommt in mein Death-Touch-Deck, auf das wir dann zu sprechen kommen. Äh, die muss ich mir mindestens dreimal craften. Die Karte. Unbedingt. So, grün, äh, grün bekommt endlich ne Win-Con. Äh, Mono-Grün, äh, das momentan nicht wirklich gut spielbar ist, bekommt jetzt mit Unnatural Growth endlich ne Win-Con. Ähm, ziemlich cooler Scheiß. Ich mein, was soll ich dazu noch sagen? Fünf Mana, äh, sozusagen all deine Kreaturen bekommen, doppelt so viel Angriff und Verteidigung. Ja, das ist eigentlich so gut wie du hast das Spiel gewonnen. Ähm, ja, werd ich mir craften, werd ich versuchen in einem Mono-Grün-Deck funktionieren zu lassen. Ziemlich geiler Scheiß. Äh, dann kommen wir auf den Spectral Adversary zu sprechen. Äh, da können mir gerne Leute erklären, warum der so gut gewählt. Der läuft momentan für neun Euro. Ähm, Flash-Flying, das übliche Konzept. Du kannst mehr Mana dafür bezahlen. Ähm, so, aber dann. Wenn up to that many other target artifacts, creatures and or enchantments phases out. Phase-out, Entschuldigung, Plural. Ähm, was bringt das? Ich weiß, was phase-out ist. Das heißt praktisch für eine Runde existieren diese Karten nicht mehr, bis sie dann wieder phase-in haben. Okay. Du hast dir durch diese Karte praktisch for all intents and purposes eine bis eineinhalb Runden erkauft. Nö. Also das muss ich sagen, äh, schwache Leistung. Äh, von all den Adversary-Karten finde ich die eigentlich am schwächsten. Aber sie ist momentan viel wert. So, der rote Adversary. Der rote Adversary kann dir, wir machen es jetzt ganz kurz an dieser Stelle, kann dir Instants und Sorceries zurückholen. So. Jetzt sagen wir mal, mhm, du hast irgendwie zwei Shocks. Ja, sag mal, du hast zwei Shocks im Friedhof. So, also du bekommst für zwei Mana ein 2-2er Haste. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Body. Jetzt nehmen wir mal an, then exile up to that many target instances with Mana value 3 or less from a given and copy them. Of copies without paying their Mana costs. Okay. Das heißt, sagen wir mal, wir würden für diese Karte acht Mana ausgeben. Ich meine, das ist jetzt natürlich sehr late game. Ja, aber sagen wir mal, wir haben jetzt diese Karte auf der Hand, wir können acht Mana dafür ausgeben. Für acht Mana können wir in der Regel, äh, diese Karte aus Drickshaven spielen und zehn Schaden machen. Vergleichen wir mal diese Karte damit. Ähm, für acht Mana bei dieser Karte bekommen wir für, äh, bekommen wir einen 4-4er Haste. Und können eventuell einen Schock für zwei Schaden und irgendeine andere Karte für drei oder vier Schaden raushauen. Ähm, das heißt, sagen wir mal, wir kriegen fünf Schaden, wir kriegen ungefähr fünf Schaden beim Gegner rein, äh, plus einen 4-4er mit Haste. Ist ganz gut. Ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ich denke, diese Karte wird nicht Rot Viable machen. In Standard. Bin ich mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Aber, wo passt diese Karte sehr gut rein? Diese Karte passt sehr gut rein in Modern Wizard Red Mono Damage Decks. Da passt die perfekt rein. Du, du, du spielst für fünf Mana ein 3-3er Haste und kannst nochmal, äh, eine verbrauchte, äh, Instant Recessory spielen, die eventuell drei oder vier Schaden macht. Klaro. So, also das ist alles in allem. Ich denke, die wird in Modern, äh, wird diese Karte Verwendung finden. Da bin ich mir relativ sicher. So, der Primal, äh, der Primal Adversary wird auch für relativ viel Geld gehandelt. Ähm, hat an sich auch wieder, äh, einen guten Body. Ähm, für jeweils zwei Mana kriegst du nicht einen Token, sondern ein Land, das zu einem 3-3-Wolf wird. Ähm, finde ich riskant. Finde ich sehr, sehr riskant. Wenn jetzt der Gegner mit Isid spielt oder so, drei Dreier kann man platt machen. Kann man mit, äh, kann man mit einer Instant mittlerweile platt machen. Ähm, vor allem wenn du diese sozusagen zeigst ein Drachen her und dann kriegst du so viel Schaden drauf. Und dann verlierst du Länder. Äh, eine gewagte Karte. Ich würde mal sagen, das ist eine sehr gewagte Karte. Ich würde die, glaube ich, jetzt nicht spielen. Wäre mir jetzt, glaube ich, zu riskant. Dass ich dann Mana verliere und dann kann ich nichts mehr spielen und dann war das alles umsonst. Ähm, finde ich, ist jetzt nicht so prall. Also, diese Karte können mir jetzt Leute gerne erklären, weil ich kapiere sie nicht. Die läuft momentan für 11 Euro. Ich kapiere die Karte nicht ganz, weil, ich meine, diese Karte wirst du hernehmen in Counterspell Decks. Ja, simpel und einfach, weil, ähm, du wieder und, du hast dadurch praktisch unendlich viele Counterspells durch diese Karte. Ja, aber was bringt dann Spells Can't Be Countered? Wofür sollte ich das brauchen? In einem blauen Deck, das eh selbst aus lauter Counterspells besteht. Verstehe ich nicht. Äh, ich denke, die Karte ist nur so viel wert, weil du sie für Commander hernehmen kannst. Ja, es ist eine Legendary, deswegen kannst du sie als Commander hernehmen. Ich denke, das ist der einzige Grund. Moon Veil Regent, ähm, oder Regent, oder? Das kommt von Rain, äh, das Wort. Ähm, 4 Mana, 4 Jahre, flying, whenever you cast a spell, you may discard your hand. If you do, draw a card for each of that spell's colors. Also es ist eine Karte, die auf Multicolor setzt. When Moon Veil Regent dies, it deals x damage to any turret, was auch immer. Ich denke, diese Karte hat nur, es läuft nur für 14 Euro, weil du die gut hernehmen kannst in, äh, diese, diese Rainbow Bridge Commander Deck. Weil, dann kannst du die, äh, mit, äh, mit, ach, ich hab ihren Namen vergessen. Also diese Rainbow Bridge, wo du praktisch, okay, wenn du die spielst, dann kannst du jede Runde eine deiner Endgame-Karten spielen. Ja, ähm, und ich denke, der Gag an dieser Karte ist, wenn du die spielst, where x is the number of colors among permanents you control. Und das heißt, wenn du die spielst und der Gegner macht die platt, sind hier 5 Schaden drin, weil die Rainbow Bridge hat alle 5 Farben. Ich denke, das ist der Grund, warum diese Karte so viel wert ist. Ich sehe, ehrlich gesagt, ansonsten keinen anderen Grund. Ähm, so, kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskarte in diesem Set. Warum? Weil diese Karte Pest-Decks wieder möglich macht. Grün-schwarze Pest-Decks. Weil, diese Karte ersetzt eine Karte aus Ikoria, die jetzt nicht mehr gespielt werden kann in Standard. Diese Karte hier, würde ich sagen, ist ein bisschen schwächer. Sie kann aber auch als Wipe fungieren, das ist ziemlich cool. Und ist an sich eine Engine für zwei Mana. Ja, jedes Mal, wenn eine deiner Kreaturen drauf geht und, oh, werden in Pest-Decks viele Kreaturen drauf gehen, verliert der Gegner einen Lebenspunkt. Darum geht es hier eigentlich in dieser Engine. Dieses, whenever a creature in opening controls, äh, you dies, you gain one life. Das ist vernachlässigbar. Darum geht es in dieser Engine nicht. Es geht darum, dass du den Gegner Schaden zufügst, indem von dir Kreaturen sterben. Das kannst du dann natürlich kombinieren mit dieser, äh, relativ guten, äh, Skeleton, äh, Enchantment aus Dungeons & Dragons. Und schon haben wir eine wunderbare Wincon generiert an dieser Stelle. Ich freu mich drauf. Ich freu mich so sehr auf diese Karte. Das ist echt geiler Scheiß. Wie gesagt, wird momentan für 15 Euro, äh, gehandelt. Ich kann absolut verstehen, warum. Weil, ja, die Karte wird richtig reinhauen. So, 17 Euro. Wir haben mal wieder Idris Elba mit dabei. Weil, ich hasse jegliche Form von Teferi-Karten. Die schaut jetzt nicht allzu schlimm aus. Aber es ist halt nerviger, dummer Azurius-Scheiß. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ich hoffe, dass ich gegen diese Karte so selten wie möglich spielen muss. So. Ran & Seven. Äh, vorher bekannt ja, glaub ich, als Ran & Six. Leute dürfen mir in den Kommentaren gerne erklären, warum diese Karte für 18 Euro gehandelt wird. Weil ich check's nicht. Ich kapier's nicht. Reveal the top cards of your library. Put all land cards revealed to stay into your hand and the rest. Es ist halt, es ist halt, create a trifold, it's power and toughness equal to the number of lands you control. Es ist halt alles wieder diese, diese schwachsinnige, äh, Nissa-Karte, die ja hochgehypt wurde ohne Ende, äh, wo du doppelt so viel Mana bekommst. Ja, okay. Und dann haben sie irgendwie 150 Mana draußen und nichts, was sie spielen können. Es ist, es sind welche der, der dümmsten Karten, welche der dümmsten Decks, gegen die ich jemals gespielt hab. Ja, okay. Mein Gott, dann haben sie Nissa draußen. Ja, okay. Mein Gott, dann haben sie halt irgendwie einen, einen 8-8er mit Trampel draußen. Ja, okay. Und ich spiel meine, äh, ich spiel meine, ähm, äh, Return, äh, Missive, ähm, was auch immer. Return all creatures from your graveyard-Kombo und der Gegner ist tot. Ich meine, das ist so unnütz, es ist so dämlich. Warum ist die 18 Euro wert? Kann mir das irgendjemand erklären? Weil, du kannst kein Commander-Deck damit bauen. Planeswalker dürfen keine Commander sein. Also, ich versteh nicht. Das, das, kein Mensch wird die spielen. Ich, 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 ich check's einfach nicht. Das Ding kostet 5 Mana. Ich, ich begreif nicht, ich begreif den Sinn dahinter nicht. Tut mir wirklich leid. So, kommen wir zu den Karten, die mir relativ gut gefallen, wo ich sag, ey, die sollten doch eigentlich mehr wert sein, als sie wert sind. Beginnen wir mit Brutal Kafar. Ähm, ist eine Karte, die, äh, eine Kreatur exiled. Exiled hat die Creature in Opponent Controls. So, und es ist der Gag, wenn du es schaffst, die Daybound und, also, wenn du, wenn du es schaffst, die, ähm, wenn du es schaffst, die, äh, sozusagen, äh, Nightbound und nochmal Daybound zu machen, ähm, dann kannst du, genau, wenn du es schaffst, die einmal Nightbound und einmal Daybound zu machen, dann kannst du noch eine X sein. Und noch eine X sein. Ich denke, die Karte wird alles und allem nicht funktionieren, aber es ist, es ist eine nette Idee. Es ist eine nette Spielerei mit Daybound und Nightbound. Äh, ich würde sagen, die, äh, 3-1er-Karte aus, ich brenne das alles hier ein, wie gesagt, ich weiß die Namen immer nicht. Also, diese 3-1er-Fliegenkarte aus Sandika, glaub ich war die, ist besser. Ich finde, da kriege ich für 3-Mana mehr Value, ähm, die, also, aber ich wollte Brutal-Kafar zumindest genannt haben. Ähm, dann machen wir weiter mit, äh, Sunset-Revelry für 2-Mana. If an opponent has more life, when you, you gain 4 life. If an opponent controls more creatures, when you create 2-1-1-Human-Creature-Togens. If an opponent has more cards than hands, when you draw a card. Ist ziemlich cool. Solltest du gegen Endgame hin, so, relativ abfallen, ja, solltest du relativ so in, in, äh, Verteidigung gedrängt werden, ist das eine super Karte. Ja? 2-Mana. 4 Leben. 2-1-1er-Tokens. Und eine Karte ziehen. This is fucking nuts. In meinen Augen, eine super gebalancede Karte. Finde ich klasse. Vanquish the Horde. Destroy all creatures. This spell costs one less to cost for each creature on the battlefield. Äh, nette Karte. Gefällt mir. Du kriegst praktisch for all intents and purposes für 2-Mana. Destroy all creatures. Äh, ich werde wahrscheinlich in Zukunft trotz alledem die, die Doom-Scar-Karte spielen, oder wie sie heißt. Äh, die ist einfach ein bisschen universeller einsetzbar für... Naja, oder obwohl? Obwohl. Also, es ist auch, ich würd sagen, die sind ungefähr gleich stark, würd ich jetzt mal behaupten. Ähm, weil Doom-Scar kannst du auch einsetzen, wenn der Gegner nur einen großen Brocken hat, den du weghauen willst. Das geht hier nicht. Ähm, und da ist so ein bisschen, finde ich, ist Doom-Scar ein bisschen individueller einsetzbar. So, wir haben Delver of Secrets, äh, der ist ne Reprint aus, äh, Innistrad, ähm, at the beginning of your upkeep, look at the top card of the library, you may reveal that card, if an instant and sorcery card is revealed this way, transform Delver of Secrets in ein 3-2er fliegend. Ein Mana. Du hast, du kriegst praktisch für ein Mana an 3-2er fliegend. Ist auf jeden Fall ne Karte, die, äh, finde ich sehr gut wär in Izzet. Also in Rot-Blau mit Drachen. Glaube ich, würde diese Karte super reinpassen. Wie gesagt, du kriegst für ein Mana an 3-2er fliegend. Das ist so fucking broken. Du musst die spielen, wenn du blau spielst. Das ist ne Muss-Karte. Ähm, und ist ne Uncommon. Es ist unglaublich. Grafted Identity. As an additional cost of custom spell, sacrifice a creature, enchant creature, you control enchanted creature. Ähm, ja. Würde ich auch sagen, ist fast, für vier Mana, ist fast ne Muss-Karte. In jeder Form vom blauen Deck. Ist ziemlich geiler Scheiß. Wird natürlich hauptsächlich in Zombie-Decks gespielt werden. Ähm, dann haben wir, ähm, was hab ich mir noch notiert? Ähm, was hab ich mir noch notiert? Ähm, Sludge Monster. Äh, whenever Sludge Monster enters the battlefield or attacks, put a Slime-Counter and up to one other target creature. Non-horror creatures with Slime-Counts only lose all abilities and have base power and toughness 2-2. Klar ist natürlich ne Kreatur, die sehr schnell platt gemacht wird. Aber, whenever Sludge Monster enters the battlefield or attacks, also ich mein, du kannst das Ding spielen, kannst du schon mal eine gegnerische Kreatur wegpfeffern. Ja, beispielsweise irgendeinen nervigen Drachen. Wenn du dann nochmal angreifst, kannst du noch eine wegpfeffern. Und, also ich mein, wenn der Gegner die nicht wegkriegt, dann holy shit. Also wenn der Gegner nicht, äh, eben irgendeine Form von Zombie-Deck oder so spielt, wo es nicht um große Kreaturen, aber wenn du das gegen ein Deck spielst, wo es um große Kreaturen geht. Holy fucking shit, also gute Karte. Ähm, ansonsten, ja, hier, äh, Startle wollte ich noch erwähnt haben, sehr gut für ein Zombie-Deck. Zwei Mana, äh, Target-Creature gets minus 2 minus 0, irrelevant. Ähm, create a 2-2 Black-Zombie-Creature-Token with Decade, draw a card. Das ist ein fairer Deal. Äh, ein Mana, um ne Karte zu ziehen, ein Mana, um, äh, nen Zombie zu kreieren. Ziemlich cooler Scheiß. Ähm, außerdem, ne Instant, das heißt, du kannst die Kreatur, äh, das Token kreieren und dann nächste Runde damit sofort angreifen. Das ist ziemlich cooler Scheiß. Äh, ansonsten, ähm, Trisk, Triskideka, wer auch immer das aussprechen kann, ist herzlich dazu eingeladen. Für zwei Mana an 1, 3er, you have no maximum hand size. At the beginning of your upkeep, if you have exactly 13 cards in your hand, you win the game. Wird kein Mensch spielen, aber ich find's cool. Ich liebe solche Karten, weil irgendwelche irren Leute werden versuchen, diese Karte funktionieren zu lassen. Und das ist genial. Ich liebe so einen Scheiß. Ähm, Champion of the Perished, äh, ist ne Muss-Engine in Zombie-Decks. Whenever another Zombie enters the battlefield, äh, plus one, plus one count in Champions of the Perished. Ist ein 1-1er Zombie für eins, das ist ne faire Karte. Ähm, ne gute Engine. Müssen wir viermal drin haben. Ja, das ist natürlich klar. Ähm, ansonsten, Gieser, Glorious Resurrector. Ähm, sozusagen, alle Kreaturen, die vom Gegner draufgehen, kommen nächste Runde unter deiner Kontrolle aufs Feld zurück. Das ist, was diese Karte letzten Endes praktisch sagt. Ähm, ist nett, ist bloß wieder so ne Karte, die wird relativ schnell zerstört werden. Also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die spielen werde. So, Infernal Grasp. Destroy Target Creature, you lose two life. Instant Speed an dieser Stelle. Ähm, ich geh mal davon aus, ähm, das wird der neue Staple für schwarz. Ja, also ich mein, zwei Mana, Destroy Target Creature. Ähm, was ist der Nachteil? You lose two life. Lächerlich für schwarz, ja. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, der neue Standard für Creature Destruction. Äh, nichts mehr von rot. Rot kommt, äh, doch, doch, light up the night. Fireball. Fireball ist gereprintet. Yay! Ähm, das macht fast rot jetzt wieder spielbar. Äh, Fireball ist cool. Fireball ist ziemlich, ziemlich cool. Muss ich ganz klar sagen. Ähm, gefällt mir. Fireball ist immer gut. Ähm, ja. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es rot spielbar macht. So. Meine absolute Lieblingskarte in diesem Set. Seraph, the Vipers Fang. Death Touch. Alles dreht sich um Death Touch. Das Schöne ist, Other tapped creatures you control, das heißt, Kreaturen, die angreifen, have Death Touch. Das heißt, du kannst, da das eine grüne Karte ist, die in, äh, grün-schwarz, was ja meistens auch Death Touch enthält, auch wieder diese Skelett-Karte, diese Skelett, äh, Enchantment-Token-Karte, aus D&D-Spielen. Äh, die haben dann alle Death Touch. Und natürlich, ultimativ, kannst du diese Karte kombinieren mit der Death Touch-Engine aus Kaltheim, die ja immer noch legal ist. Das ist absolut fucking awesome. Ich werde mir auf jeden Fall versuchen, da draußen Death Touch-Deck zu bauen. Ja, ansonsten, ähm, diese, diese Boros-Karte hier, dieser 2-3er fliegend, äh, das ist eine wirklich, wirklich gute Engine für, äh, Boros Aggro, das ich auch momentan spiele, mit Plus-1, Plus-1-Countern und so Geschichten. Ähm, if a spell would deal damage to you or another permanent you control, prevent that damage. Ähm, das heißt, wenn der Gegner einen Wipe spielt, geht nur das Ding drauf, oder? Sehe ich, sehe ich das richtig, oder ist der, ist der, nein, prevent that damage. Das heißt, er lingert nicht. Ne, genau. Also, das Ding ist schon mal ein Anti-Wiper. If a spell would deal damage to an opponent or permanent an opponent, it deals that much damage plus one. Das ist, die Karte ist fucking nuts. Ähm, der einzige Nachteil, den diese Karte hat, ist, es ist eine Legendary und du kannst sie nur einmal auf dem Feld haben. Das war's. Das ist der einzige Nachteil dieser Karte. Das Ding ist so insane. Und dann haben wir noch hier nochmal eine weitere, äh, Zombie-Karte. Äh, Ghoul Caller's Harvest für zwei Mana. Auch hier, schwarz-grün. Ähm, das ist auch was, äh, was, äh, was, ähm, viele, Zombie-Decks ansteuern werden. Wie gesagt, entweder so eine schwarz-grün-Kombo, das kannst du dann auch mit Death-Touch irgendwie kombinieren, oder schwarz-blau. Ähm, da werden wir sehen. Ich glaub, ich werd beides mal ausprobieren. Create X-2-2 Black Zombie Creature Token 50k, das übliche, äh, where X is half the number of Creature Cards in your graveyard. Das is nice. Also, du kriegst, würd ich mal sagen, hier für zwei Mana, auf jeden Fall zwei, zwei, mit Decade. Auf alle Fälle. Das ist ziemlich, ziemlich awesome. Und du kannst dann im Notfall sogar das Ding nochmal mit Flashback spielen. Das ist cool. Nette Karte. Wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall mit inkludiert werden. Und das war's. Das war's. Damit ist das Video fertig. Ich hoffe, Leute sind es an dieser Stelle rundum informiert. Ich find, Innistrad ist ein, äh, nettes, interessantes Set für die Zukunft. Ich werd tatsächlich mir den Master Repasses ausnahmsweise mal wieder kaufen. Äh, obwohl ich finde, Master Repasses, das lohnen sich meistens nicht. Aber ich glaub, hier werd ich mir einen kaufen. Bin mir relativ sicher.